Ja, alle Leute, willkommen zu The First Decentry. Ähm, ich hab ja was, das Spiel hat auch zu fehlen, ne? Ein bisschen Grind. Äh, es blenden zu fehlen, da kann man vielleicht ein bisschen sagen, ja, okay, warum die die nicht? Und zwar einen Colossus, da zwei Teile abschlagen, da muss man sich mit einem Rapper dran heften. Ähm, hier die kleine Stelle da, was so blau ist, die muss gelb werden. Da, ne? Dann geht der, tut der, so hoch zu kommen, ne? Mach am besten privat, das will ich auch so ein hohes Level sein, am besten lieber wenn es Colossus ist. So, dann kommen. Oh, boah, da hat man was. Ähm, da dran läuft, oder? Da jetzt plötzlich mit R2 draufhauen. Äh. Da kommt noch mal dran. Da müssen wir nämlich da drauf kommen und das da runterschlagen. Ah, da muss ich nicht. Was ist das? Ach, warum will das denn da drauf kommen? Jetzt. So, einen haben wir runter. Jetzt müssen wir mal was weiter, da müssen wir mich aufnehmen. Okay, nochmal ein bisschen drücken. Da geht's nach oben. Ach, jetzt hab ich's kaputt gemacht. Okay. Aber ihr müsst hier dran kommen, dann das abschlagen. Ich weiß noch nicht ganz, ob man das in einem Match machen muss, aber versuch's mal in einem Match. Der schaue ich mal hier auf, das ist auch in dem Match. Der schaft so hoch. Der schaft so hoch. Ach, stimmt. es geht ja das was geht auch wenn jetzt zwei teile auf einmal kaputt macht also das da oben an der platte dann gibt es noch eins um das auge das zählt als zwei teile von verlassen abschlagen natürlich mit R1 ranziehen oder mit R2 zuschlagen so kriegt man das ist halber raus ja Ja, eigentlich ganz easy, ne. Vielleicht am ersten ein bisschen gewinnungsbedürftig, wenn es nicht so richtig geht, aber es geht auf jeden Fall da. Das kriegt keiner mehr, weil ich schon da, was schon sehr auf dem Moment habe. Die Waffen, ja gut, dann soll ich gleich zum nächsten Mal und der Rest, ich halte rein, ne.